Hallihallo Hallöchen, wir spielen wieder LS22, sind bei Milchbauern Mike auf der Eringrad und heute machen wir Heuballen, aber als erstes, wenn man noch die Wiese hier unten bei den Schafen uns vornehmen, damit wir den schon mal mähen. Hallihallo Hallöchen Hallihallo 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 Hall So, hinten machen wir Sporterplan. Und... Bei den Hühnern vorbei, hoffentlich erstrecken die nicht. So, hinten machen wir Sporterplan. So, hinten machen wir Sporterplan. So, hinten ist ein bisschen zu sehen. So, hinten ist auf der Wachstum. So, hinten ist ein bisschen zu sehen. So, da können wir nämlich nachher mit dem Schworder auch drüber und können das nachher an die Wege erfahren, später. So, da können wir nämlich nachher an die Wege erfahren, später. So, da können wir nämlich nachher an die Wege erfahren, später. So, da können wir nämlich nachher an die Wege erfahren, später. So läuft's. So, da können wir nachher an die Wege erfahren, später. So, da können wir nachher an die Wege erfahren. So, da können wir nachher an die Wege erfahren, später. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also ich bin ziemlich der Meinung, damit er drauf war, aber komisch. Okay, dann müssen wir ja kurz eine Sekunde warten. Also drauf ist der Mod, aber irgendwie will er nicht. Also dann werden wir mit dem Schwader hier losmachen. Okay. 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 Bye. So kann es sein, damit es nämlich nach dem letzten Patch oder so irgendwie noch aktiviert werden muss, was der Follow-me-Mod eigentlich muss, also welche Tasten, die Tastenbelegung könnte fehlen. So kann es sein, damit es sein kann. So kann es sein, damit es sein kann. So kann es sein, damit es sein kann. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Klingt doch schon mal gut Also von der Leistung Scheint es kein Problem zu sein Ok, hätte ich mal nichts gesagt Klingt doch schon mal gut Das Gute ist natürlich bei der Presse Das Gute, da muss man nicht anhalten Die kann non-stop Ballen pressen Klingt doch schon mal gut 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 So, genau Und da würde ich sagen Irgendwo ist nämlich die ganzen Tastenbelegungen Und da ist irgendwo bestimmt auch der Ich glaube die sind ganz unten Der Follow-Me-Mod Der Follow-Me-Mod Hier zum Beispiel Manuelle Entladung Ok Ankoppeln Da ist nämlich gar nichts belegt Da haben wir nämlich Das ist nämlich genau das Problem Eigentlich war das immer so Oh so lassen wir das mal und dann kann ich nämlich jetzt sagen licht geht trotzdem an das macht nix dann kann ich trotzdem sagen ich schmeiß das an okay geht ja schon mal gut hallo hat sie jetzt nicht funktioniert eigentlich sollte er jetzt losfallen so 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 wieso so 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 okay irgendwie geht es nicht muss ich dann noch mal machen aber ich würde sagen fürs erste lassen wir das mal ich sag erstmal danke fürs zuschauen macht's gut bis zum nächsten mal so so so